Ich bin Greta und studiere hier an der Fachhochschule Financial Accounting, Controlling and Taxation. Ich bin Vivian, ich studiere Financial Accounting, Controlling und Taxation an der Fachhochschule in Kiel. Ich habe mich für diesen Studiengang entschieden, weil er doch sehr spezifisch in dem Bereich Wirtschaftsprüfung angesiedelt ist, aber auch der Bereich Tax, alles was mit Controlling und internen Kontrollsystemen zu tun hat, aber auch der Bereich Nachhaltigkeit und die Unternehmen, wie sie in Bezug auf Nachhaltigkeit agieren müssen, werden dort thematisiert. Es ist eben eine Bandbreite an steuerlichen Themen, sowohl auch Themen für Unternehmensführung oder dergleichen. Klar geht es sehr in den Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, aber auch mit dem Nachhaltigkeitsaspekt zum Beispiel, der jetzt immer wichtiger wird für die Unternehmen. Die FA Kiel, finde ich, hat einen ganz guten Praxisbezug. Man hat engen Kontakt sowohl zu den Dozenten als eben zu diesen Praxispartnern, kann Kontakte knüpfen. Die Unternehmen, wo wir später Arbeitnehmer sein können, kommen tatsächlich bei uns in die Vorlesung, stellen sich vor, arbeiten mit uns zusammen und erarbeiten auch aktuelle Themen mit uns. Unsere Professoren, die uns belehren, sind immer sehr nah an der Forschung dran, forschen selber und können damit natürlich auch ihre eigenen Forschungsergebnisse mit einbringen und uns sozusagen auf den neuesten Stand bringen, was momentan wichtig ist. Unser Studiengang ist tatsächlich so ausgelegt, dass man auch eine Werkstudentenstelle oder eine Teilzeitstelle in Anspruch nehmen könnte und dann den Studiengang sich sozusagen weiter aufteilt. Also momentan arbeite ich ja schon im Bereich von Steuern und auch Wirtschaftsprüfung. Ich habe hier aber im Studium tatsächlich viele Sachen kennengelernt, wo ich mir vorstellen kann zu arbeiten. Deswegen kann ich den Studiengang sehr empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020